jo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal heute starten wir mit dem monatlichen giveaway für den monat september und ja ich weiß ich habe für den monat august kein giveaway gemacht und es tut mir auch leid aber ich hatte einfach keine zeit beziehungsweise es kam einfach nicht dazu deswegen werde ich die preise für dieses monat erhöhen und zwar gibt es jeweils beziehungsweise dreimal eine m4s golden coil zu gewinnen ich werde die drei über drei verschiedene jeweils verlosen die erste geht raus bei dem clean giveaway da werde ich den link gleich die video für die video beschreibung packen erster link braucht immer draufklicken die zweite golden coil geht raus bei dem kommentaren bzw. ihr müsst unter diesem video kommentieren dieses video positiv bewerten und ein abonnent meines kanals sein aber es werden maximal fünf kommentare gewertet also nicht spammen wer spammt wird schaltet automatisch aus und die kommentare werden geblockt also es werden fünf kommentare gewertet liken nicht vergessen und ein abonnent und die dritte golden coil geht raus an meine also steam gruppen mitglieder ich werde meine steam gruppe auch in die infobox verlinken das wird dann der zweite link sein aber da werde ich nicht nach einfach also ich habe ich bei der gruppe in newsfeeds und da sehe ich halt einfach wenn wir wo was kommentiert in der gruppe oder wie jemand freunde einlädt dann wird es mir das halt alles angezeigt und aus diesem newsfeed werde ich dann einen raus losen und desto öfters sie als der aktiv seit in der gruppe irgendwas schreibt leute entladet oder einfach nur beitretet das werde ich halt alles sehen desto höher ist dann halt auch die wahrscheinlichkeit dass ich dann über euch stolpern werde ansonsten ja war es dann auch mit der wieder mit dem video da das gibt es zwei wochen laufen also ich datum sage ich jetzt mal ist wieder mittwoch online kommen das ist der sechste zwei wochen darauf kommt dann die werde ich die es ist auf die auflösung machen von dem wie wir das mit an der 20 september sein und ja dann sage ich auch bis zum nächsten mal euer alex